Für die meisten Aufgaben beim Abmischen von Musik oder Stimme müssen es nicht immer die Super-Duper-Plug-Ins von den Drittherstellern sein. Es reichen meist die Brot- und Butter-Plug-Ins, die in deiner DRW mitgeliefert werden. Und welche meine absoluten drei Lieblinge in Studio One sind, das verrate ich dir im heutigen Advent-Kalender. Präsentiert von Monkey Banana. Storia Mastering. Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Plug-Ins von Drittherstellern sind was Wunderbares, denn sie befriedigen auf der einen Seite die Lust des Jägers und Sammlers, der in jedem von uns steckt. Auf der anderen Seite versprechen sie uns natürlich auch immer professionellere Mixergebnisse, wenn wir dieses eine Tool nutzen. Trotzdem sind für die meisten Aufgaben eigentlich die mitgelieferten DRW-Plug-Ins vollkommen ausreichend. Und deswegen verrate ich dir auch heute meine drei Lieblinge hier in Studio One. Und wir gehen mal direkt rein in Medias Res. Ich starte mal mit Nummer 1. Das ist der Pro-EQ. Ein Equalizer, wie man ihn normalerweise extern dazukaufen muss. Ein Equalizer, der wirklich nicht nur fantastisch aussieht, sondern auch in der Bedienung wirklich mega übersichtlich ist. Ich sag dir mal nur drei Punkte, die mich jedes Mal wieder begeistern an diesem Equalizer und die auch der Grund sind, warum ich ihn ständig einsetze. Auf der einen Seite haben wir ja auf der linken Seite einen eingebauten Low-Cut-Filter, der phasenlinär arbeitet. Das heißt, der produziert wesentlich weniger Phasenverschiebungen an der Abrisskante, wenn ich das mal so nennen möchte. Und du kannst ihn einfach einsetzen hier, indem du ihn aktivierst und dann bei 80, 50 oder 20 Hertz einsetzen kannst. Oder dann auch noch mit einer softeren Abfallflanke, sodass hier die Flankensteilheit noch ein bisschen weniger steil ist. Kann man sehr schön einsetzen, vor allem wenn man Bass- oder Bassdrum abmildern möchte. Untenrum zum Beispiel im Bassbereich ein wunderbares Teil. Einziger Disclaimer, den ich ranbringen muss. Das Ding braucht ein bisschen mehr CPU-Power, deswegen musst du ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu exzessiv einsetzt. Und falls deine Bassdrum nach dem Einsatz zum Beispiel mit diesem phasenlinearen Filter verzögert klingen sollte, dann liegt das daran, dass Studio One vielleicht die Latenz von dem Ding nicht so ganz ausgleichen kann. Denn die Latenz steigt ein kleines bisschen an, wenn man phasenlineare Low-Cut-Filter benutzt. Aber trotzdem ein tolles Filter. Das zweite ist, dass die meisten Bänder hier, dass die mittlerweile ein Zusatzfeature oder zwei Zusatzfeatures bekommen haben, die den Einsatz von Dritt-Plugins nahezu überflüssig machen. Nämlich hier dieses D, was ich dir zeigen kann. D soll den dynamischen Modus von jedem Band aktivieren und kann das auch. Wenn du hier mal auf D draufdrückst, dann geht hier das dynamische Feld hier an. Und hier unten kannst du dann den Threshold einstellen. Ab dem Wert wird dann quasi abgesenkt. Wenn also in diesem Frequenzbereich hier zum Beispiel über 110 Hertz dieser Threshold hier überschritten wird, dann wird um diesen Bereich hier abgesenkt. Und du kannst hier dann auch noch optisch verfolgen, ob diese Absenkung dann tatsächlich stattfindet. Und natürlich auch mit den Ohren überprüfen vollkommen. Wenn dir das mit den Ohren überprüfen vielleicht schwer fallen sollte, dann kannst du hier ganz einfach das Band sogar auf Solo schalten und kannst dann wirklich nur ganz gezielt dieses eine Band abhören, was auch mega praktisch sein kann, um einfach mal die Ohren zu justieren und zu wissen, worauf man denn eigentlich hören will. Das ist das zweite Feature an dem Pro EQ. Und das dritte ist wirklich auch sehr cool. Hier auf der rechten Seite siehst du nämlich diesen unscheinbaren Autoschalter. Wenn der aktiviert ist, dann sorgt es dafür, dass der Pro EQ jeden Move, den du hier in diesem Equalizer machst, der vielleicht zu einer Pegelveränderung führen würde, ausgleicht. Das heißt, du sorgst dafür mit diesem Autoschalter, dass du nicht lauter aus dem Plugin oder leiser aus dem Plugin rausgehst, als du reingegangen bist. Und kannst dann wirklich ganz neutral und objektiv beurteilen, ob die Moves, die du jetzt hier in diesem Equalizer machst, ob die wirklich eine Klangveränderung bedeuten oder eben nicht. Hast du den Schalter nicht aktiviert, dann kann zum Beispiel eine Anhebung bei den Höhen nicht nur die Höhen anheben, sondern eben auch das Signal lauter machen. Und da wird man dann immer gerne reingelegt, denn alles, was lauter erklingt, klingt dann auch besser. Also Pro EQ, mega Teil. Und auch wenn ich jetzt in so kurzer Zeit so viele Features aufgezählt habe, ein wirklich fantastischer Equalizer, der wirklich vom Brot- und Butter-Equalizer mittlerweile gewachsen ist, zu einem wirklich ausgewachsenen Arbeitswerkzeug, das auch, ich will mal nicht übertreiben, aber den FEP-Filter Pro Q3 in gewissen Teilen schon überflüssig machen kann. Das Geld kannst du dir also auf jeden Fall sparen, wenn du nur normale Anwendungsfälle hast. Nummer zwei ist ein Plugin, das du vielleicht nicht direkt auf der Liste haben solltest, aber es ist in Studio One mitgeliefert. Es ist der, das und der, das, das Analog Delay. Das Analog Delay, das optisch wirklich schon absolut fantastisch ist. Also es sieht so ein bisschen aus wie so eine Nachbildung von so einem Roland RE 201 und das soll auch hier, glaube ich, abgebildet werden. Also ein Band-Echo soll hier simuliert werden und auch hier natürlich die üblichen Einstellfunktionen, die man hat bei so einem Plugin. Wir haben hier die Delay-Time, die eingestellt werden kann, die sogar synchronisiert werden kann mit dem Tempo von unserer DAW. Dann das Feedback, also die Anzahl der Wiederholungen, die dann eben in diesem bestimmten eingestellten Tempo gemacht werden. Hier auf der rechten Seite bei LFO kannst du so ein bisschen die Schwankungen vom Motor einstellen und kannst das Band so ein bisschen wabern lassen, dass du so einen wabernden Effekt auf deinen Delay bekommst. Hier kannst du dann auch Farbe reindrehen in dein Echo, kannst dir mit dem Low Cut und dem High Cut zum Beispiel dafür sorgen, dass die Echos nicht so viele Höhen und Bässe haben und dadurch ein bisschen weiter in den Hintergrund rutschen, was ja sowieso bei dem Delay geplant ist. Und kannst aber auch den Drive rein regeln, also mit dem Drive-Regler kannst du so noch richtig Saturation drauf geben, wunderbares Teil. Motor kannst du noch steuern, du kannst die Breite vom Ping-Pong-Delay steuern, auch da fantastisch und kannst auf der rechten Seite natürlich wie bei jedem Delay dann auch noch den Anteil zwischen dem Delay und dem trockenen Anteil vom Sound regeln und kannst den dann hier einstellen. Perfekt, also die Oberfläche wirklich mega sympathisch, lädt dich sofort ein zum Spielen und kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass du mit diesem Delay immer ans Ziel kommst. Du brauchst kein drittes Plug-In mehr, um ein anderes Delay hier noch zu kreieren. Es sei denn, du bist ein extremer Sound-Tüftler, aber auch dafür gibt es natürlich kostenlose Alternativen. Kommen wir zum dritten Plug-In und das ist wirklich mein persönliches Highlight und Brot und Butter unterstreicht jetzt wirklich, was dieses Plug-In macht, denn es ist wirklich Brot und Butter. Wir haben hier den Fat Channel und mit dem Fat Channel, ich klappe ihn mal auf, weil der Fat Channel ist nicht nur einfach ein Equalizer, denn der Fat Channel XT ist eine Plug-In-Sammlung, die unter einer Oberfläche komplett zusammengefasst wird. Wir haben auf der einen Seite einen High-Pass-Filter, was man auch mit Low-Cut übersetzen könnte, also damit kannst du die tiefen Frequenzen abschneiden, einfach nur mit einem Regler, nicht optisch irgendwie schön eingeschwungen, wie bei dem Pro-EQ, aber der Regler reicht ja meistens auf, wir mischen ja mit den Ohren. Daneben ein Noise-Gate direkt mal, dann darunter eine Kompressoreinheit und bei diesem Kompressor, der darunter ist, kannst du hier sogar noch auswählen, ob du hier entweder den Standard-Kompressor, einen LA-2A-Style-Kompressor haben möchtest, also einen optischen Kompressor, nachempfunden dem teuren alten Gerät von Universal Audio oder eben einen 1176-Kompressor. Wenn wir den anwählen, siehst du, dass du hier sofort einen 1176-Style-Kompressor bekommst, brauchst du also noch nicht mal einen Dritthersteller-Plugin dafür. Und darunter mein absoluter Liebling, und deswegen klappe ich die anderen mal wieder weg, mein absoluter Liebling, die Equalizer-Fraktion. Auch hier kannst du auswählen, zwischen verschiedenen Equalizern, zwischen einem Standard-Equalizer, einem Vintage-Equalizer, das ist eine Nachempfindung von einem Neve, und eben dem Passive, der eine Nachbildung von einem Pull-Tech-Equalizer ist. Das heißt, du hast hier alle Elemente, die du auch bei einem klassischen Pull-Tech-Equalizer finden würdest. Hier die Bass-Fraktion mit Boost, Attenuate und der Kernfrequenz, eine Bandbreiteneinstellung für den Höhen- und Mittenboost, den du hier findest, dann noch einen Absenkungsschalter oder einen Absenkungsregler hier für die Höhen. Hier kannst du noch einstellen, welches Band da gewählt werden soll. Also alles, was ein Pull-Tech im Prinzip auch braucht. Und das Geile ist, mit diesem günstigen Pull-Tech funktioniert sogar noch der Pull-Tech-Trick. Und wenn du wissen willst, wie der funktioniert, dann klick als nächstes in dieses Video, da erkläre ich das nämlich. Da sehen wir uns dann. Bis gleich, mach's gut und Yassu!